Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zum Input-Kurzinfos vom ZEMBI. Ich bin Fabio Blank, ich bin Co-Leiter vom Zentrum Mediebildung und Informatik. Das ZEMBI ist seit März 2020 ein bisschen neu organisiert. Viele von euch kennen uns schon. Das bedeutet, das ist Severin Bründler und ich, der Fabio Blank. Wir dürfen seit März 2020 die Co-Leitung vom ZEMBI haben und freuen uns sehr, die Arbeit zu übernehmen. Gerne möchte ich euch vorstellen, wer alles im Zentrum Mediebildung und Informatik dabei ist. Auf dieser Folie seht ihr eine Übersicht von den Personen, die im Bereich Medien und Informatik tätig sind. Wir sind zum einen Andreas Plunschi, vor allem für die Fachberatung Zyklus 1 und 2. Dann Severin und ich, Zyklus 3, dann haben wir Mike Braun, unser Spezialist für Microsoft 365. Und Beat Küng, die vor allem im Rahmen der Fachberatung im Kanton Obwalde für das ZEMBI tätig ist. Das ZEMBI ist aber mehr als nur Medien und Informatik. Wir haben auch eine Leseförderungsabteilung. Da sind Lesli Schneider, Nicole Habermacher und René Keller für uns jeden Tag am Arbeiten und an verschiedene Projekte zu realisieren. Neben dem Bereich Medien und Informatik und Leseförderung ist auch die Mediamatik bei uns zu Hause und vor allem auch die Geräteausleihe. Zu dem komme ich dann später. Da haben wir drei Leute, die für uns die Arbeit machen. Das sind Tobias Thali, Michel Meier und Fabio Weiss, die lernend ist und immer wieder bei uns auch im Zentrum Mediebildung und Informatik tätig ist. Ich möchte auf den ZEMBI-Blog zu sprechen kommen. Der ZEMBI-Blog ist seit dem Frühsommer online. Ihr habt es sicher davon mitbekommen. Das ist unsere neue Webseite www.zembiblog.ch Und auf dieser Webseite probieren wir all unsere Dienstleistungen, unsere Angebote und alles Material, was wir haben, die ganze Geräteausleihe, wenn wir alles über diese Seite organisieren. Ich möchte jetzt in der weiteren Folie euch verschiedene Sachen zeigen, was ihr dort findet, welche Zugänge ihr dort haben könnt. Das soll so grundsätzlich eure Seite sein, wo ihr alle Sachen findet, dass ihr das nicht an verschiedenen Orten zusammensuchen müsst. Wir haben verschiedene Beratungen, Dienstleistungen und Angebote, die ich euch gerne schnell zeigen möchte. Grundsätzlich sind wir für einfache Beratungen da, per Mail, Telefon oder auch persönlich, wenn ihr oder auch Lehrerinnen und Lehrer von euch im Schulhaus konkrete Fragen zu einem Thema haben im Bereich Medien und Informatik. Wir bieten auch Workshops an für Lehrerinnen und Lehrer, zum Beispiel am Weiterbildungsnahmittag oder auch für Schülerinnen und Schüler. Was wir auch weiter anbieten, sind Elternabendungen, zum Beispiel Informationsveranstaltungen für alle Eltern oder nur für einen kleinen Teil, zum Beispiel für einen Elternrat und Ähnliches. Wir sind da für Infoanläss für Vorträge. Am einfachsten kontaktiert ihr uns auch via unsere Webseite www.zimbi-blog.ch Alle unsere Dienstleistungen findet ihr auch auf unserem Zimbi-Blog. Wenn ihr im Menüpunkt Dienstleistungen drauf drückt, seht ihr dort, was wir genau für Dienstleistungen machen, was das finanziell bedeutet und auch die entsprechende Kontaktperson ist dort aufgeführt. Also besucht unsere Webseite www.zimbi-blog.ch und dort beim Menübereich Dienstleistungen findet ihr alle Dienstleistungen und alle Angebote, die wir für euch als Schule zur Verfügung stellen können. Die Schullessungen sind ein wichtiger Teil, den wir vom Zimbi aus organisieren. Das kommt aus dem Bereich Leseförderung. Ihr kennt das vielleicht auch unter der Begrifflichkeit Literatur aus erster Hand. Da servieren viele Schulen im Kanton Luzern Schullessungen und mehr vom Zimbi organisieren. Da kommen viele Autorinnen und Autoren in die Schule und machen dann Schullessungen. Ihr könnt euch vorstellen, die Schullessungen sind momentan speziell, Corona-bedingt natürlich, weil die fangen im November vor allem an. Und ja, da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Settings, gewisse werden vor Ort durchgeführt, andere online. Einige sind auch verschoben worden. Auch das ist ein sehr wichtiger Teil von uns, wo wir im Zentrum Medienbildung und Informatik organisieren. Ich komme zu der Geräteausleihe. Das ist ein sehr wichtiger Teil, wo wir, seitdem wir angefangen haben, auch noch weiter haben aufbauen, weiter ausweiten, damit ihr als Schule eine gute Möglichkeit habt, verschiedene Geräte auszuleihen. Wir wollen auf unserem Zimbi-Blog immer wieder auf Unterrichtsideen, auf Unterrichtsbeispiele eingehen. Und da braucht man manchmal auch verschiedene Unterrichtsgeräte oder Geräte für den Medien- und Informatikunterricht oder auch sonst für den Unterricht. Wir wollen euch das zur Verfügung stellen. Also wir haben Medien- und Informatikgeräte, die ihr auslehnen könnt. Das läuft über uns via den Zimbi-Blog. Die Ausleihe funktioniert dann ganz einfach via das PMZ. Das heisst, wenn man etwas auslehnt, kann man es im PMZ im untersten Stock in der Sentimat abholen und auch wieder zurückgeben. So können wir sicherstellen, dass man zu jeder Zeit, also zu den Bürozeiten, wenn es PMZ offen hat, kann man das entsprechende Geräte auslehnen. Alle Geräte sind ganz einfach online buchbar. Jetzt ist es so, dass es eine Systemumstellung gegeben hat beim ganzen Medienkatalog, beim PMZ. Und das ganze Angebot, das komplette Angebot, können wir sicher ab dem 8. Dezember 2020 auslehnen. Ihr seht hier jetzt eine kleine Übersicht. Geräte ausleihen findet ihr ganz einfach. Auch natürlich auf dem Zimbi-Blog, zimbi-blog.ch, beim Menü.geräte ausleihen. Dann eine Übersicht, was ihr alles auslehnen könnt. Da ist jetzt eine Übersicht über die Geräte, die jetzt schon verfügbar sind. Das gibt dann einen Kurzbeschreib, was es ist für ein Gerät, wie viele Geräte haben wir im Lager. Und jeweils einen Link, wo ihr das Gerät reservieren könnt und dann entsprechend auch auslehnen. Das wird die Übersicht über die Geräte, die jetzt im Katalog aufgenommen worden sind, die wir am Bereitmachen sind, die ab dem 8. Dezember ebenfalls ausgelennt werden können. Also wir haben z.B. Thymios im Angebot, die sehr beliebt sind. Wir haben andere Roboter. Es kommen dann auch Mikrokontroller dazu. Wir haben die Mini-Biber-Kisten, die man auslehnen kann. Wir haben z.B. auch SET-Telimero, der entsprechende Stift, besorgen, die man auslehnen und testen kann. Also wir probieren mit unserem Angebot an unseren Geräten für euch eine gute Auswahl zu haben, dass ihr entsprechenden Unterricht auch mit diesen Geräten gestalten könnt. Gerne möchte ich auf Weiterbildungen kommen, neue Schuljahre. Auch das war eine Aufgabe, die wir machen durften. Wir durften verschiedene Weiterbildungsangebote im Rahmen der normalen Weiterbildungen organisieren. Ihr kennt das Weiterbildungsleporello, das ihr immer am März geschickt bekommt. Jetzt sind alle Weiterbildungen aufgeführt. Wir haben probiert, für den Fachbereich Medien und Informatik verschiedene Weiterbildungen aufzubauen und auszuschreiben. Und da seht ihr eine Übersicht von verschiedenen Kursen, die momentan noch in der Planung sind, noch in der Abklärung sind. Es ist nur nicht 100% sicher, dass all die Kursen ausgeschrieben werden. Aber das ist jetzt in der Planung. Also wir werden weiterhin verschiedene Intensivkursen anbieten, Lehrplan 21 für Zyklus 2 und 3, in den Bereich Medien, Informatik und Anwendungen. Und dann wollen wir aber auch ein breiteres Weiterbildungsangebot zeigen für euch als Lehrerinnen und Lehrer. Also wir haben Sachen für Zyklus 1, Sachen für Zyklusunabhängig sind. Wir wollen Bereiche von den Medien machen, aber auch Bereiche von der Informatik, dass ihr so etwas Interessantes besuchen könnt. Die Weiterbildungen, wie ich schon gesagt habe, werden veröffentlicht im März 2021. Und dort sind wir natürlich herzlich eingeladen, so eine Weiterbildung zu buchen. Und dann auch zu besuchen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da teilnehmen würdet. Gerne möchte ich euch auch auf unsere Social Media Accounts aufmerksam machen. Wir sind auch seit dem Frühling erreichbar auf Instagram und auf Facebook. Und folgt uns dort, abonniert uns. So kommen wir dir ganz einfach und schnell an Tipps, an Informationen, an Neues Interessantes an. Wir probieren dort kurz und knapp jeweils Neuigkeiten oder auch News zu präsentieren, um so immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Also besucht uns auf Instagram, zembi-luzern oder auch auf Facebook, Zentrum Media Bildung und Informatik. Wir freuen uns über alle, die uns folgen und Sachen anschauen. Ein sehr wichtiger Teil für euch, das merken wir auch immer in der Beratung oder wenn wir in Kontakt sind mit euch pädagogischen Betreuungspersonen oder auch mit den Schulen generell, sind unsere Planungshilfen. Die Planungshilfen sind wieder aktualisiert worden aufs aktuelle Schuljahr und es ist so, dass alle Planungshilfen immer aktuell auf dem Zembi-Blog verfügbar sind. Also das ist auch in Absprache mit der DVS so, immer die aktuellen Planungshilfen sind auf unserem Zembi-Blog verfügbar. Dann findet ihr Planungshilfen für Zyklus 1 und 2, wo Themen von Medien und Informatik integriert unterrichtet werden. Ihr findet die Fachplanungshilfe Medien und Informatik Zyklus 3 sowie auch einen Vorschlag für die Anwendungskompetenzen im Zyklus 3. Die Planungshilfen werden immer wieder aufs neue Schuljahr angeschaut, überarbeitet, aktualisiert, damit ihr immer aufs kommende Schuljahr eine aktuelle Version zur Verfügung habt. Wir haben das Projekt gestartet, das Projekt Mediensensibilisierung. Das ist ein aktuelles Projekt, das momentan läuft, bei uns im Zentrum Medienbildung und Informatik. Mit diesem Projekt wollen wir euch Schulen etwas geben, das ihr das Thema Mediensensibilisierung im Unterricht durchnehmen könnt. Wir bieten euch auf unserer Webseite drei Unterrichtseinheiten zum Download an. Das sind drei Unterrichtseinheiten, eine für die 3. und 4. Klasse, eine für die 5. und 6. Klasse und eine für den Zyklus 3. Grundsätzlich könnt ihr einfach die Unterrichtseinheiten abladen, anschauen, benutzen. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit zum Teilen an einem Medienprodukt. Alle Infos und Anmeldungen, was es genau bedeutet, was Medienprodukte, wie kann ich dort teilnehmen, findet ihr im Zembi-Blog natürlich. Wenn ihr auf den Zembi-Blog geht, im Bereich Unterricht, seht ihr dort den Unterbereich Projekte, Projekt Mediensensibilisierung. Dort findet ihr alles zu diesem Projekt. Dort habt ihr auch ein Video, das ihr anschauen könnt, wo das ganze Projekt erklärt wird. Und so habt ihr alle Informationen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr einen Medienbeitrag einreicht, um so teilzunehmen an dem Projekt Mediensensibilisierung. Seit einer Woche dürfen wir auch mit Freude verkünden, dass wir eine Zusammenarbeit haben können mit Lernnetz, also mit der Firma Lernnetz AG. Und dort speziell mit dem Lernfilmfestival. Vielleicht kennen das einige von euch das Lernfilmfestival. Das ist ein Festival, das, wie das der Name schon sagt, mit Lernfilmen arbeitet, wo Schulen aus der ganzen Schweiz Lernfilme produzieren, einreichen und dann gibt es auch eine entsprechende Prämierung. Wir haben es geschafft, eine Zusammenarbeit miteinander zu machen und dürfen euch exklusiv und kostenlos vier Online-Workshops zur Verfügung stellen. Das heisst, ihr dürft euch anmelden für einen Online-Workshop. Der dauert ca. 75 Minuten. Dort gibt es vier Daten zur Auswahl und alle weiteren Informationen. Und auch die Anmeldung findet ihr auf dem Zembi-Blog natürlich. Dort haben wir auch eine Seite gemacht, Workshop mit Lernfilmfestival. Und ihr findet dort einen Kurzbeschreib und natürlich auch einen Anmelde-Link. Dort ein ganz wichtiges Beachten. Der Anmeldeschluss ist am 1. Dezember. Da können wir sicherstellen, dass für alle Daten entsprechende Leute zur Verfügung stehen. Und dass ihr entsprechend informiert könnt werden. Die Online-Workshops sind so aufgebaut, dass die am Mittwoch-Nachmittag stattfinden. Wie gesagt, 75 Minuten dauert. Und ihr werdet von Profis vom Lernfilmfestival dort durchgeführt. Mit Informationen eingedeckt, mit Material eingedeckt. Und ihr werdet selber auch in dieser Zeit einen kurzen Lernfilm machen. Und nachher habt ihr alles mögliche Rüstzeuge, um eigene Lernfilme in eurem Unterricht umzusetzen. Und ihr werdet sehen, der kurze und knappe Workshop ist sehr dicht und sehr informativ. Und so habt ihr nachher alle Möglichkeiten, selber einen Lernfilm im Unterricht zu machen. Das wäre es gewesen mit den einzelnen Kurzinfos vom Zembi. Ich kann probiert, das Zembi vorzustellen. Wer sind wir überhaupt? Was sind wir alles für Personen? An welchen Themen arbeiten wir? Ich habe probiert, den Zembi-Blog www.zembi-blog.ch zu erklären. Was findet ihr dort drauf? Was hat es für interessante Sachen? Und hoffe, mit diesen Informationen euch den Einblick geben zu haben. Wenn die Fragen sind, könnt ihr euch jederzeit melden. Ihr seht hier meine E-Mail-Adresse oder natürlich auch die Kontakte, die ihr auf dem Zembi-Blog findet. Könnt ihr euch ungeniert jederzeit melden. Ich wünsche euch noch weiterhin einen guten Tag. Viel Spass bei den weiteren Infos vom Info-Anlass für die pädagogischen Betreuungspersonen. Wir sehen uns ein anderes Mal. Macht es gut und liebe Grüße.